Immer lässig aus der Hüfte. Ja, danke du Arschloch, ich komme gleich. Der Rauchgranatisiert schon wieder einer. Ja, noch mehr. Ja, genau du Kackstelze. Ups, abgebraut. Ja, Mann, blockier ein bisschen, komm. Geh dir rein, rein! Ja, der hat mir in den Bauch geschossen, das tat weh. Ach, Fick dich. Mein Penis ist ihm heilig. Auf dem passt er auf, oder was? Ach. Der fängt da schon wieder der Typ an mit deinen Rauchgranaten. Ja, der geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Mann, du verpiss dich da, du Arsch. Ach. Nein, du verpiss dich das auch. Ja, oder, du verpiss dich das auch. 1.4, 2? 2.3, 3. 1.1, 2. Oh, ich bin. Auf dem einen Bericht. Alter, das ist bereits zufrieden. So, ich schick euch ne Drohne. Alter! Sorry. Alter, der mit der Rauchkralade ist wirklich lustig, hä? Ich weiß nicht, wie viele er da eingepackt haben muss. Ganz den Arsch voll. Er geht mir langsam auf den Sack. In seinem scheiß Raucherladen. Iri siehst du immer zunächst. In seinem Raucherladen. Vielleicht raucht er auch ne Shisha. So sieht's aus, wenn ich ne Pong rauche, man. Ja, wenn ich mich auch kurz hinstelle. Pause machen ist kacke. Ja, nicht mal an den Nüssen kraulen, alter. Kack! Oh, sicher! Ich bin ein Affe. Ich schau ihr zu, wie sie bei der Mauer abprallt, wie sie zurückkommt und wäre der Schuss. Ich bin ein Affe. Aha. Ja, ja. 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 Ja... Ach, scheiß Typ. Ja, der hört dich nicht, wenn es sein wird. Ja, der hört sich nicht. Ja, der hört sich nicht. Kacke! Camper, rein gehen wir schon auf dich. Nun, nun. Nun, nun, nun. Na ja, gut, na ja, gut. Oh, nun, nun, Kempelodl. Arschlöcher! Ihr habt doch Down-Syndrom. Zuerst jetzt in der Edlos schleifen. Hahaha! Wollt ihr uns auf die Toilette?